Guten Abend, liebe Gäste, wir erfreuen euch aufs Beste. Mit Klamotten, Komedianten, die schon unsere Väter kannten. Guten Abend, liebe Leute, lachen ist das Motto heute. Temper jetzt, die Zeit verrennt, Vorhang auf, der Spaß beginnt. Schöne Frauen, wilde Löwen, Elfen-Tanz- und Tortenschlacht. Starke Helden, Bürgerbunden, selten hat man so gelacht. Ich weiß nicht, ja, wir fühlen. Kapriolen, Wasserstrahl und Muskelpracht, machen Spaß am Feierabend. Gute Launen, gute Launen, gute Launen, Tag und Nacht. No matter what my German vote is. Guten Abend, liebe Leute, lachen ist das Motto heute. Temper jetzt, die Zeit verrennt, Vorhang auf, der Spaß beginnt. Wie, also, äh, also, äh, 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 sie... Haben Sie denn Verfassungsspruch bewusst in Kauf genommen? Alle sind davon ausgegangen, dass das funktionieren kann und dass es funktionieren wird. Frieden schaffen ohne Waffen? Das finde ich total lustig. Greift uns nicht an. Schießt uns nicht mit Böllern, Raketen und Erschreckschuss wahr. Ihr macht es strafbar und es drohen mehrere Jahre Gefängnis. Weil ja überall im Internet und in manchen Texten, die man anderswo liest, die russische Propaganda ganz schön wirkt, will ich noch mal sagen. Nein, es gibt bis heute keine Sanktionen auf Gaslieferung aus Russland. Was soll das heißen? Welche Vorschläge haben wir? Wir werden das volle Paket mit massivsten Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringen. Das soll helfen. Ja, schlanz, voll, aus, importen, aus. Aber Nord Stream 2 kriegen wir nicht hin. We, we will be in the end. Bis heute Abend. Auf geht's. Untertitelung des ZDF, 2020